Er ist eine 10 von 10. Heißt, er ist der heißeste Kerl, den man sich so vorstellen kann. Ja, alles. Der kommt rein und du bist feucht. So ist er. Alles an dem ist perfekt. Da müsste er schon mit einem Staubsauger reinkommen. Entschuldigung. Ladylike, die Podcastshow. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.